ich hatte die gleich neben dem Dingens ja wahrscheinlich oder wenn wir den Aufzug steigen wird sie random in unseren Inventarge holt oh you see what I did there ah hier in der hier ist eine ich hab eine hier ist eine ich hab eine wie wir gleichzeitig die Idee haben oh keine Ammo ähm wo müssen wir hin runter ja zu den zu einem von den beiden Türen da gibt es noch eine Crowbers ja voll geil hängt die Mission jetzt von hier abzimmer gar nicht weil du mal viel leichter gedauert wirst als dich jetzt dann kann ich vielleicht hier oben da auch eine Tür aufbrechen vielleicht gibt es die Easter Eggs ja ein Franz Jäger safe ja ja ok was für den Drill also erstmal ein Wasserschlauch runter und C4 das haben die in Galileo gezeigt das geht nicht dass man so ein Safe mit Wasser aufspringt also weil Galileo auch so genauso wie Payday bei das hochwissenschaftliche Sensor warum ist das Bad eigentlich nicht mit dem Gartenversuch äh versuchten verbrückenfeindlich keine Ahnung falls über den Poolpartys scheißen lassen ja aber da kann man doch auch durch die Wohnung gehen damit sie mit ihren schmutzigen Schuhen scheißen gehen können ja ich werde gerade auch nicht ich werde doch nicht holt F2 Pulse Hose oh ich seh nichts man ich hasse Smokrin, jetzt ehrlich wow fickt euch wow die Mission ist ja mal voll ebel sie ist voll hektisch ich hasse es oh verpisst euch ich muss jetzt Wasserschlauch um Wasserschlauch verbinden wow so lauter Wasserschlauch fragmente oh ein Kinderzimmer schau mal das ist so fällig im Mittwoch ich bin in ein Kinderzimmer eingebrochen oh fuck ich muss jetzt außen rum laufen ok aber Hoxton ist natürlich bei meiner Seite er will mich nie im Stich lassen find a power outlet for the drill vielleicht solltest du die Easter Eggs anschauen für unsere Viewer oh stimmt ja dann wo ist der Easter Egg oh hier wo ich bin oh ein Left for Dead Easter Egg und in der nächsten Dings auch noch ein Left for Dead Easter Egg oder einfach nur ein Easter Egg also ein Easter Egg wenn man zu sehen will die Puppe hier ach so ja das ist eindeutig ein Easter Egg die Ostner Merci ja ich schon wieder rot bin Creepy ist schön wie gesagt du kannst dich an dem Back mit ihm wie du willst ich hab schon ich hab schon von paar Minuten ja das ist so aus von Haut ich helfe dir mal wo bist du ach der Wasserschlauch ist schon fertig ok ok dann brauchen wir jetzt Strom we've got another sword rape coming your way Raybear ich wünsch dir mal kann den Leuten befehlen befehlen irgendwie oh let it real finish ok mach mal die Tür hier auf sonst muss ich immer außen rumlaufen ok aber hol du dir die Leute und bleib dann hey wolf warte wo ist denn die zweite Tür ich weiß ja nicht mal wo die ist einfach die Treppe runter in den Hobbyraum also doch war ich hier schon ich weiß ja volle coole Dings chill area oh ich find den heißt hier voll cool mein Blitz ja schon cool es geht da ziemlich hektisch los irgendwie was äh hast du aber wird also ich brauche noch keine Ammo ich frage nur 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 Musik mit er ist das was die weiter ich habe den schuss genommen gelohnt was man kann die flasche und steht gut aber das klingt durch die warte die umgekehrungen geschossen er wird alles hat durch die warte so koffe zu schießen Deshalb meinte ich das echt. Ja, was ist überhaupt Wilson's House? Das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht welches Wilson's, sondern welches Mitchell's was. Ich weiß nur, dass Mitchell einen französischen Akzent hatte. Das fand ich sehr sympathisch. Was zum Teufel ist das und wo zum Teufel kommt das her? Weil dein Vater auch einen hatte. Es war schon da. Das ist eine Gelddruckmaschine. Waren die die ganze Zeit schon da? Ja. Die ganze Zeit? Ja. Ich bin schon auf sie drauf gesprungen. Alter, das muss ich mir im Let's Play nochmal anschauen. Was? What or was? Ja, die drucken ja hier Geld. Ja. Hoxton, komm jetzt runter. Wir gehen ganz alleine da oben einen auf. Follow me! Wer schießt da? Wer schießt da? Wer schießt doch die fucking Couch. Oh mir, das ist FBI Agent. Hoxton, you freaking morag. Jetzt müssen wir einfach drauf warten, dass die fertig sind, oder? Ja. Let's the drill finish. Dann bleiben wir hier unten. Jetzt Dennis, jetzt noch die 46. Alter. Und dann hört man noch so Taser. Und die bleiben noch stehen. Sind so genius. Na, okay, dann. Verpiss ich. Mein Mann ist schön. Ab hier. Taser, motherfucking Taser! Motherfucking Taser! Oh. Der lässt mir voll in die Schussballen auf. Oh, da ist noch ein Taser irgendwo. Dann stamp ich wieder aus einem Nettig Bag. Wow. Wow, wir sind hier einfach in die Wohnung reingefahren um das Second Opening. Oh. Buckle up your assholes, kid. Bulldozer. Schon wieder? Ja. Also die neuen Heißzahre. So viele. Mach die Powerbox, damit ich auf Yael nicht rankomme. Wahrscheinlich hat der Bulldozer einfach aufgeliehen. Nur schon wieder rot. Toll, ich hab mir grad immer so scheiß Helfen. Ich hab mir grad eben erst Helfen geholt. Jetzt haben schon wieder fast keine Helfen mehr. So ne Scheiße. Can you get your mother? Uh, not, not who's there. Uh, I is funny. Ich, hier, Dingens. Sniper. Natürlich ist die Manic Eyebrick. Egal, ich würde noch nicht gedauert. Ich hab wieder, wie eine, Helfen. Ich brauch übrigens Munition. Schmeiß mal hier den Ammo Bag hin irgendwo. Ammo Bag right here! Ammo Bag right here! Voll die Mofos. Ja, man. Stimmt, kann man hier auch irgendwo Geldbündel finden. Stimmt. Aber ich will nicht rumlaufen, weil die Morons dann oben bleiben wahrscheinlich. Oh. Oh, NPC Daily News. Oh, Fast World Bank Hit. Echt? Ach, wie geil. Oh. Inside Job. Forensics Claim. Oh, hier ist noch ne Tütti auf. Aber doch nicht. Oh, Manager Resistant. Slay in Cold Blood. Stimmt gar nicht. Gell. Wir haben ihn am Leben ge- Oh. Oh. Ach, tatsächlich ein Bulldozer. Wie ist das ausgerechnet ein Bulldozer? Das kann ich nicht mehr anders machen. Ja, mein Bulldozer. Woah, 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 woah. Smoke gone. Smoke gone. Get out of the- Smoke gone. Get out of the- I'll find him. It's a fucking taser. Come on, Mr. Bulldanger. The taser is listening to you. What my parents see. What I see. Oh my god, I got downed. Nein, James. He's on. Nein. Ja. 15, man. Ja. Kümmer dich um Dallas. Der wird gebotraben. Oh shit. Shit, shit, shit. Fuck you. Nein. Da musst du durchrushen und alles killen, was sich bewegt. Oh, immer an derselben Stelle. Ich hab dir grad ins Bein geschossen, tut mir leid. Ouch. Erste. Wer ist denn, Mann? Hä? Ach, hier. So. Übrigens, wenn ich das mach, dann geht's schneller, weil ich... Du hast grad voll an nem Kerl vorbeigelaufen. Ach, das Toolkit? Du hast grad voll an nem Kerl vorbeigelaufen. Du bist grad voll an nem Swat vorbeigelaufen. Passiert mir öfters. Schau mir. Hast du das Toolkit? Ja. Das Toolkit 1 bekommt man ja vor der Strike. Aber das Toolkit muss mehr, glaub ich, auswählen als Equipment. Echt? Ja. Damit es aktiv ist. Wär für mich zumindest logisch. Aber wir spielen Payday, ver... ganz vergessen. Oh, das. Was ist das? Ach so. Ich mach schon. Bleeding Chaser. Bulldozers, make you bleed. Dank Tom. Ähm. Ja. Nicht wirklich Cover, sondern... Ja, ich benenn das Video noch um... Wow wow wow, gedau'nt, gedau'nt, doch nicht. Oh wow wow. Ich benenn das Video noch um in... Re-texted. Ja, so finden die Leute ja, dass du nix scandled hast. Ja, dann schauen sich gar nicht mehr an. Entry Team! Buckle up your souls. Entry Team. Entry Team. Oh, James. Was machst du denn wieder, mein Freund? Ich wollte... Sicher gehen, dass... The Water Float. Ich konnte das nicht mehr nehmen. Oh, ich werd' nicht mehr nehmen. Ich werd' nicht mehr verfolgen. Oh, ich werd' nicht mehr verfolgen. Wow. Ja. Mission gescheitert. Von 0 auf 100. Wieso denn? Also, falls sie dir nicht aufhelfen rechtzeitig. Wir helfen sie ja. ich hoffe dass es noch kräft nein wo ist der jetzt wie um die fucking Ecken hat's immer fixen Bulldozer doing acrobatics in first world bank die hier um die Ecken geswitcht ist du musst übrigens ah ich seh es verpiss dich das Taser die Fasse jetzt sind wir lebt noch er lebt noch wieder rein hast du keine Dings mehr Cabletoys hab ich auch niemanden den du Cabletoyen könntest ich hab mir diese eine Tusse da gehabt mit der ich dann Dallas wieder getradet hab ja hey Dallas, komm mit mir und zum aufgeben bringt das ging grad anschreien aber dann ist er schon tot dann nehme am besten eine Pistole die ist viel zu schnell ich zeig dir vielleicht mal wie schnell die ist na dann schieß mal gegen die Wand ja dann sollst du vielleicht doch lieber ich glaub mit der Compact Pfeifers dann da ist gleich einer da Fick dich Bulldozer da stand nur Cops dann nehmen am besten die MP5 an die man zum Aufgeben singen willst ich glaub weil ich glaub so meint du ne Geisel nimmst kannst du mich sofort trainen da dann Annika